Hey Leute was geht und willkommen zu dem kleinen Infovideo. Ja, ich wollte noch ein kleines Infovideo machen, denn ich bin jetzt ab Montag den 14. 8. im Urlaub für eine Woche und danach ist das, wie ihr alle wisst, die Games kommen. Deswegen wird das in den nächsten zwei Wochen ein bisschen reduziert auf meinen Channel laufen. Es wird jeden Tag ein Video kommen, allerdings halt nur eins. Da ist ein folgender, also unter der Woche jeden Tag. Montag, Mittwoch und Freitags kommt Tomb Raider Live. Die Parts sind alle voraufgenommen, d.h. die Pate, wo ihr dann quasi mit dabei seid. Die werden erst im September starten leider, weil ich bis dahin eben alles an voraufgenommenen Parts habe. Und im September werden dann eben die Parts starten mit eurem Mies. Bis dahin habe ich auch ein paar mehr Einsendungen bekommen bestimmt und dann klappt das. Das ist so der Hintergrund dahinter. Und Dienstag und Donnerstags kommt Pikmin hier online. Wochenende, Samstag, Sonntag kommt höchstwahrscheinlich nix. Mal so ein bisschen saff, wenn es ist morgen noch saff. Videos voraufnehmen, kommt es auch noch. Aber was sei nicht, werdet es in ganzer Hektik nicht mal saffen wie vor es war. Deswegen wird es ja nicht dabei bleiben, dass Montag bis Freitags Videos kommen. Ich denke, ist mal ganz in Ordnung. Zweimal nix. Aber wenn ihr Gamescom seid, werdet ihr eh auch Videos hochladen und Livestreamen und top halt einfach von der Messe. Also da kann auch so oder so am Wochenende was kommen. Da ist alles auf dem Laufenden. In der Woche nach der Gamescom, wie gesagt, erst am Anfang September wird es dann langsam wieder regulär weitergehen. Mit normalen Let's Plays und normaler Anzahl. Dazu sage ich es dann aber mehr, wenn es so weit ist. Das ist eines auch ein Eilig, was ich sagen wollte. Ich freue mich, dass noch auf die Gamescom kommt. Da sehen wir uns dann hoffentlich auch längst mal einiges vor Ort. Und wie gesagt, da willst ihr auch nochmal dann extra Videos in Livestreams machen von der Messe aus. Mehreres Zeug dann kurz vor der Messe. In dem Sinne, danke für's Zusehen. Ich hoffe, ihr seid alle wieder am Start mit dem Livestreams. Es geht dann auch wieder im September erst weiter. Also ich mache heute am Sonntag den 13.8. nochmal am Abend einen kleinen Splatoon-Stream zum Splettfest. Aber danach wird erst auf, beziehungsweise dann so richtig halt erst nach der Gamescom sein. So, wie gesagt, dann wieder am Start. Und bis dahin sage ich danke für's Zusehen. Macht's gut. Und ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.